Ich möchte, dass da oben nicht alles nochmal holen müssen. Ich möchte, dass da oben nicht alles aufhören. Okay, da soll ich auf jeden Fall nicht lang. Das habe ich nicht gesehen. Ah, okay, ich weiß wie. Knapp. Ich möchte, dass da oben nicht alles aufhören. Ich schiebe das einfach mal runter. Das muss ich auch unten haben, weil... Dann habe ich nämlich einen Schutz vor dem Laser. Oh. Aber ich habe nicht aufgepasst, dass da eine Lücke ist. Bei der Schuhe muss man auf alles achten, ne? Huh. Aber finde ich gut. Ich habe nicht auf alles geachtet. Und dann muss man halt auch dafür bezahlen. Ich frage jetzt, was bringt mir das? Das kriegen wir vielleicht später. Was kann das sein? Aber jetzt noch nicht. Fähigkeiten. Fähigkeiten. Zelle gefunden. Okay, das finde ich gut. Aber ich schaffe den Sprung zurück nicht. Hier warte ich jetzt einmal. Ja, ich schaffe das Ganze wieder. Oh. Hä? Warum hattest du deinen Doppelsprung vorher schon einmal aktiviert? I don't understand Manchmal verstehe ich nicht so ganz, warum ich manchmal so eine Taste so schnell nochmal gedrückt habe Also, beziehungsweise, warum der Input kam Aber es ist nicht schlimm Es ist Ori, Ori ist super Weiß mehr was, komm hier Zack, ab in den Laser Ich hätte nämlich gerne die Punkte von der Spinne schon ganz gerne Das war auch wieder so knapp Und ich schiebe den schon mal runter Weil jetzt schaden kann es nicht, den schon mal unten zu haben Und wenn ich ihn oben brauche, wird er hoffentlich Respawn Wasp Und Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann nehmen wir den, weil dann ist es von allen noch einer mit einem Fähigkeitenpunkt. Dann sind wir sozusagen relativ gut aufgestellt. Wir müssen nicht da runter. Ah! Ah! Ausrufezeichen Akte! Ah! 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 So, ich habe jetzt noch ein paar Sachen, die ich mache. Man kann es euch mal bitte erst speichern lassen. Frechheit hier eher. Ich hatte ja mehr Leben als ich gespeichert habe ich nicht gehabt, okay. Ich dachte ich hatte mehr Leben als ich da drin war, hatte ich aber nicht. Okay Uri, das Spiel hat offiziell was gegen dich. Was hat das jetzt gebracht? Enttäuschend. Das ist sinnvoll, das ist ein Shortcut. Uri, du hast mitgedacht, aber da unten sind noch zwei Sachen. Uri, du hast mitgedacht, aber da unten sind noch zwei Sachen. Ach so, das ist so im Wasser. Ja, dann komme ich da eher sowieso, als wenn ich schwimmen kann. Dann kann ich das auch mit tun, wenn ich dann tauchen kann. Dann bringt das ja jetzt nichts. Manu! Manu! Das ist mir auch. Diese knappen Sprünge, die liegen mir nicht. Ich meine den Sprung von eben. Ja, wer anderen eine Grube griebt, ne? Oh, ich dachte, das ist so Feld-Selbst-Hinein-mäßig, aber... Oh, ich bin genau in einen reingesprungen. Gut, dass ich gespeichert habe. Da muss man sich jetzt konzentrieren. Ich bin von einer anderen Situation ausgegangen. Andere Grundannahme. Das hätte ich eben, glaube ich, auch nicht eingesammelt. Kann das sein? Aber ich helfe ihm natürlich trotzdem gleich, ne? Fünf. Verdammt. Mann, ich wollte auf diese Lücke warten, nicht auf die Kleine. Ich bin schon wieder zu ungeduldig. Halt, warte. Du hast die Wasserader zurückgewonnen. Von dieser uralte Edelstein gewährt dir nun Zugang zum Ginso-Baum. Vergiss nicht, das Element des Wassers ruht hoch auf dem Ginso-Baum. Wir werden das Wasser zurückbringen. Lass uns sofort zurückkehren. Aber das Wasser ist giftig. Ich will nicht mit Wasser arbeiten unbedingt. Ich bin ehrlich. Wir können auch warten, bis das Wasser nicht mehr giftig ist, oder? Ist das nicht so die Option? Wahrscheinlich ist das nicht so die Option, ne? Aber wir speichern auf jeden Fall, egal was passiert, hier oben ab. Weiß mir ja jetzt, wie ich das ausmache, ne? Aber wir können es ja erst noch machen. Tendenziell schadet es uns ja nicht, wenn wir es erst mal öffnen. Oh! Oh!